Bhagavad Gita, Vers 3.13 Die Geweihten des Herrn werden von allen Sünden befreit, denn sie nehmen nur Nahrung zu sich, die zuvor als Opfer dargebracht wurde. Andere, die Nahrung zu ihrem eigenen Sinnesgenuss zubereiten, essen wahrlich nur Sünde. Erklärung Die Gottgeweihten, das heißt die Menschen, die Krishna bewusst sind, werden Santas genannt. Und wie in der Brahma Samhita beschrieben wird, sind sie immer in Liebe mit dem Herrn verbunden. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der Shyamasundara, Krishna selbst, mit unvorstellbaren, unzähligen Eigenschaften ist und den, die reinen Gottgeweihten, deren Augen mit dem Balsam der Liebe gesalbt sind, im Inneren ihres Herzens sehen. BS 5.38 Die Santas, die mit dem höchsten persönlichen Gott, Govinda, der Quelle aller Freude, beziehungsweise Mukunda, dem Befreier, oder Krishna, der alles anziehenden Person, immer in enger Liebe verbunden sind, können nichts annehmen, ohne es zuvor der höchsten Person zu opfern. Daher führen solche Gottgeweihte ständig Yagyas in den verschiedenen Erscheinungsformen des hingebungsvollen Dienens aus, wie zum Beispiel Shravanam, Kirtanam, Smaranam oder Arjanam. Diese Yagyas bewahren sie stets vor allen Arten der Verunreinigung, die durch sündhaften Umgang in der materien Welt entstehen. Andere, die sich Nahrung nur zu ihrer eigenen Sinnesbefriedigung zubereiten, sind nicht nur Diebe, sondern essen auch alle Arten von Sünde. Wie kann ein Mensch glücklich sein, der ein Dieb oder ein Sünder ist? Es ist nicht möglich. Damit die Menschen in jeder Hinsicht glücklich werden können, müssen sie darin unterwiesen werden, wie der einfache Sankirtan Yagya in völligem Krishna-Bewusstsein ausgeführt werden kann. Sonst kann es in der Welt keinen Frieden und kein Glück geben.